Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 24.09.2021 und unser DAX, der kraxelt hier weiter, hat den Hügel hinauf, hat gestern ja durchaus eine Chance gehabt, sich hier in den Bereichen, in denen einer gelaufen ist, zum Abend dann halt auch deutlicher wegzudrehen. Das hat er nicht getan, ist wieder mit Aufwärtscup reingekommen, wir hatten gesagt, passt auf, wenn der eben nicht nach unten arbeitet, passt auf, wenn der wieder höher reinkommt, passt auf, wenn der über 5,40, 5,30 arbeitet, hat er gesagt, da würde ich ihm kurze Leine geben, über 5,30, über 5,40, kann er eben auch einfach weiter hoch, kann er an die 5,65, kann er an die 15.600, kann er an die 15.670 ran, die 15.670 ist jetzt erreicht worden, hat sich hier jetzt ganz schön, man muss schon sagen, es fällt ihm langsam, scheint ihm ein bisschen langsamer zu fallen, hier langsam durchzuziehen, wenn man auch die Dynamik auf den ersten Tag guckt, Dynamik auf den zweiten Tag und am dritten Tag ist das schon ganz schön geknüllt jetzt, ne, ersten richtigen roten Risskerzen drin hier, also die ist ja auch nicht ausgekontort worden, also er hat die zwar zurückgelaufen, aber die ist jetzt noch nicht rausgenommen, ist kein höheres Hoch reingekommen, das riecht so ein bisschen, wie als kriegen wir zum Freitag mal wieder ein bisschen mehr Gegenwind auch rein, es muss aber nicht heißen, dass der jetzt hier wie ein Stein fällt, zum Freitag halt, ne, es kann auch sein, dass der sich das erste Mal noch seitwärts rausleiert aus dem Kreuz und ja, einfach mal wieder ein bisschen Abwechslung, wir sind letztendlich jetzt wieder in der Range halt drinnen, ne, also von der Höhe her sind wir jetzt genau in diese alten Schiebezone, wo sind wir noch hin und her ging und das wäre jetzt nicht so abwegig, wenn er auch in dieses alte Muster einfach wieder reinfällt da oben jetzt, ne, da möchte ich den schon unter einer 15.000, was ist denn das hier, unter den Tiefs eigentlich drunter sehen, dann wäre er für mich erstmal wieder raus aus der Range, dann hätte er auch ein tieferes Tief drin stehen und können wieder schön abtauchen, so unter 15.580, das wäre für mich so ein kleiner Short-Trigger, alles, alles darüber hat jetzt schon noch, ist einfach wieder in der Range halt, ne, also, das, ja, im Zweifel läuft er halt wieder in den oberen Rangerand hoch, so wie er jetzt so steht, würde ich denken, braucht er noch mal ein bisschen Schwung, wenn er das selbst im Bullish-Indusse nachher eben machen wollte, ähm, er hat sich hier noch mal so leicht aufgedreht, könnte sein, dass er uns noch mal ein bisschen zum Freitag versucht nach oben anzuspringen, 700 ist interessant, 37 ist auch interessant, könnte gegebenenfalls schon reichen, um dann erstmal wieder ein bisschen Gegenwind reinzubringen, weil ich glaube, wenn er jetzt noch mal ein Aufwärtsgap bringt, also, das wäre dann eine Nummer zu viel, ne, so 1, 2, 3, 4 Aufwärtsgaps hintereinander, offen stehen lassen, das sieht man im DAX eher seltener, also, an vier Tagen in Folge, ich glaube, das wird jetzt zum Freitag doch ein bisschen holpriger dann zum Start werden, äh, könnte mir auch vorstellen, dass wenn ein Gap kommt, das halt gleich geclosed wird und, äh, hier jetzt so ein bisschen zu tun hat, weil Freitag waren das halt immer die, die in die letzten Wochen so ein bisschen dann, also, nicht wirklich nur die letzten Wochen, das waren, in den letzten Monaten waren Freitag eher bullisch gewesen, aber die letzten Wochen, ähm, hat es schon immer mal Freitag ein bisschen Zug reingekriegt nach unten, ne, auch letztendlich der Verfallstag, der hier das Go gegeben hatte, nach unten, das war ja auch Freitag, also, ich würde hier vielleicht festhalten, die 6,70, die es erreicht, das ist jetzt erstmal ein Widerstand, kann nach unten reagieren, ähm, würde natürlich jetzt erstmal Unterstützung bekommen im Bereich um 5,80, 5,50, aber grundsätzlich würde ich schon sagen, unter 5,80, kriegt er, kriegt er, kriegt er, kriegt er, kriegt er eine Umkehr rein halt, ne, und dann kann es auch passieren, dass der, ja, wie wird er es machen, das sieht komisch aus, das ist nicht ganz so harmonisch jetzt hier von der Bewegung, äh, das würde fast noch mehr Sinn machen, wenn er, wenn er hier rein nagelt halt, dann sind wirklich alle Stops von allen Shorts raus, die irgendwo aufgebaut werden, ne, also, ähm, hm, 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 das ist, ich bin jetzt aber überlegen, das, hm, 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 wie könnte es aussehen, auf dem Weg nach unten, also, schwierig, fast, passt irgendwie kein Bild so richtig, was man im DAX kennt, äh, also, ich könnte mir vorstellen, dass er, dass er, wenn ich, also, ich glaube, ich bräuchte fast zum Freitag einfach nochmal ein bisschen einen Seitwärtstag, ne, dass er sich einfach ein bisschen, ein bisschen eintritt, aber trotzdem, trotzdem halten kann, und zum Montag dann rauskriegt, also, dass er das noch ein bisschen auf die Zeitachse hier drückt, drückt, und, ähm, so in die Richtung, ne, vielleicht hier ein bisschen Dienstag rein, einfach langsam, langsam abgleitet, vielleicht sogar bloß im Bereich um 15, 500, 15, 4, 60 rein, und dann könnt ihr nächste Woche nochmal probieren, wegzubrechen, wo wir sind schon, schon deutlich zu hoch, ne, also, ähm, das für, für einen schönen Rücklauf ist das definitiv zu hoch, das ist zu hoch gekommen, um da jetzt eine dynamische Abwärtsbewegung raus schricken zu können, ähm, da hat er sich ja zu sehr ausgekontert, das ist einfach Fakt, also, nehmen wir es so hin, wir sind wieder oben in der Range, in der alten Range-Spanner, das heißt, sollten dort jetzt auch wieder mit dem Verhalten der Range rechnen, ähm, das heißt, kriegen wir nicht unter 5,80 raus, ja, ähm, auch von der 6,70 nicht, dann, ja, rechnen wir mit Seitwärtsbewegung hier oben auch wieder ran an die Marken, zur Seite, hoch, zurück, zur Seite rechts ran, vor, zurück, zur Seite ran, ne, so ungefähr, ähm, 700 wäre hier interessant, die 7,30 wäre interessant, und darüber sind dann die ganzen alten Marken wieder wichtig, die 7,80, die 900, die 8, was hat man hier immer, 8, 8,60 oder irgendwie sowas, ne, ähm, 8,30, 9,40, diese ganzen alten Range-Marken, die uns hier die letzte Woche beschäftigt haben, die wären jetzt von unten eben auch wichtig, deswegen würde ich eher denken, dass es sich hoch zu ein bisschen Träger verhält, dann, ne, eher in Zeitwärts reingeht, weil es nur wieder im Status quo angekommen, ähm, und unten möchte ich ihn einfach unter 5,80, die, die hätte ich ganz gern schon, ja, um, um ihm da wieder tiefere Ziele anzudichten, theoretisch könnte man von da auch nochmal an die, ja, auf die Gaps halt auf jeden Fall mal ansetzen, ne, ähm, wir haben hier bei 5,10, 1, wir haben hier unten 1, um die 3,10 rum, ähm, das sind interessante Ziele, aber der muss halt erst umkehren, haben wir gestern schon drüber gesprochen, ähm, wir haben eine kleine Umkehr drin, ne, die ist hier an der 6,70 entstanden, aber sie ist noch nicht ausgefahren, also der hat noch nicht viel mit gemacht, und dafür müsste er halt jetzt nur die 5,80, dann würde er das bestätigen, dann würde er da ein bisschen Drive reinbekommen und könnte es wieder runterarbeiten, aber solange der da über 5,80 arbeitet, ähm, würde mich nicht mal wundern, wenn er dann wieder zum Dienstag so zwischen 7,30 und, ja, 8,85 einfach nur irgendwie zur Seite abhappeln, ne, also das würde mich jetzt nicht dolle verwundern, ja, so, so, wir haben ja hier immer gesprochen über Ausbruch und so weiter, ne, Short Trigger, der ist jetzt zwar schön am Band, aber da müsste halt jetzt auch eine rote Kerze zurückkommen, am Freitag dicke rote Kerze, Tagesschluss unter 5,80, dann kriegt er wieder ein bisschen Würze rein, aber solange ich den jetzt nicht unter 5,80 habe, ähm, gilt hier wieder das, das altbewährte Motto aus den letzten Wochen halt, ne, im Zweifel oben Kopf einziehen und erstmal kurz machen lassen, und, äh, ja, nicht schön, wird sicher viele ärgern, da werden einige ganz schön kotzen jetzt hier, dass den wieder so zurückgespült hat, aber ändern können wir uns am Ende nicht, ne, es ist halt einfach so, wenn genug Leute da sind, die das Zeug meinen kaufen zu müssen, dann ist das halt so, ne, ähm, muss man deswegen nicht schön finden, aber hat auch keinen Sinn, hier irgendwelche Überzeugungstote zu sterben, ne, da haben wir gestern ganz lange drüber gesprochen, das würde ich jetzt heute nicht mehr machen, äh, nicht nochmal machen, aber, ähm, ja, sollte, man sollte aufpassen, dass einem, selbst, ich sag mal, selbst wenn er hier oben durchrennt, dass es einem nicht das Genick bricht, ne, also Positionen da irgendwo knapp, aber jetzt nicht absichern, und wenn er zum Freitag halt wieder nur nach oben prügelt, äh, ich würde denken, er kriegt das zum Freitag nicht gestanden, aber ich kann mich da auch täuschen, ne, nachher steht er bei 5 zu 900, deswegen sowas einfach absichern, ich denke, wir haben hier interessante Bereiche, die 5,80 ist mir wichtig, die 7,100, 7,10, 7,30, die ist mir recht wichtig zum Freitag, ähm, vielleicht reicht ihm das auch schon an, an, an Bewegungsspanne, ansonsten natürlich oben 7,80, letztendlich hat er Raum bis 9,40, wenn er sich komplett austoben will, halt, ne, ähm, dann hätte er definitiv alle Schwäche ausgekontert, die hier da waren, äh, wäre ein bisschen, wäre ein bisschen crazy, da, da wir ja auch ein bulliges Trendfortsetzungsmuster gebrochen haben, unten ja schon einiges aktiviert haben, also mit dem tieferen Tief, das stellen immer so viele so hin, wie, also ist hier ja eigentlich gar nichts passiert, technisch ist hier schon ein bisschen was passiert halt, ne, was auch nach unten, kann man ja sagen, Verkaufssignale halt auch generiert hat und eröffnet hat, und, ähm, die kann er noch offen halten, aber, da wird es langsam echt die letzte Eisenbahn an, weil er ist einfach zu hoch halt, ne, ähm, das ist zu ungewöhnlich, das ist zu, zu stark, muss man so sagen, das ist zu stark halt, ne, also ein richtiger Bärenmarkt, ähm, dreht sich an anderen Stellen einfach ein, da ist noch zu viel bullige Motivation, zu viel bullige Hoffnung einfach drin, ne, zu viele Käufer, die halt direkt anspringen, wenn die irgendwo eine grüne Umkehr kommt und dann der Meinung sind, das muss kaufen, aber auch hier sieht man sehr interessant, wie die Kerzen immer kleiner und kleiner werden, mich würde das nicht wundern, wenn wir jetzt zum Freitag hier einen Doji kriegen, oder, ähm, der sich jetzt hier ein bisschen schwerer tut und einfach auf der Stelle tritt, ähm, das würde mich wirklich nicht wundern, das würde hier gut reinpassen, das wäre auch harmonischer, wie jetzt eine direkte Umkehr nach unten, da muss man mal gucken, ähm, ja, aber vielleicht hier noch kurz drüber, dann wieder zurück und irgendwie zur Seite raus, das würde eigentlich in der Situation ganz gut passen, ansonsten unter 5,80, eher Risiko unten und ja, über 7,10, über 7,30, na, dann kann er voll eskalieren halt, ne, also dann das letzte Hoch, was dann rauszunehmen gilt, ist bei 15.800, na ja, und da drüber, äh, kommt 15.900, 15.949 wieder, plane ich jetzt selber nicht ein zum Freitag, aber wenn er Stärke zeigt, wieder von Anfang an, wie gestern, wie gestern, ne, ähm, dann ist es so, dann, 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 ja, sollte man aufpassen, dass man nicht im Tod dort oder in Überzeugung stirbt, halt, ne, und sich dann eher vielleicht zurückhalten, kurze Lagen suchen, ne, eigentlich gleich, also identische Analyse von gestern, mit dem einen Unterschied, dass wir sagen können, ähm, wir haben deutliches Abbremsen drin, ne, also die, 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 die Bewegungsspanne hat sich stark verringert, das Aufwärtsmomentum, außer das, was über Nacht immer wieder reingetragen wurde, ähm, das hat sich deutlich abgeflacht, die, die Erholungsdynamik hat sich abgeflacht, ähm, das kann man als Trendschwächung werten, ähm, bringt einem aber auch nur erst was, wenn er wirklich umdreht und dass das noch nicht passiert, wir haben noch keine tieferen Tiefs hier drin, ne, und dafür müsst ihr unter die 5.80, kommt ihr unter die 5.80, dann hat er hier schon ein bisschen Platz, ähm, zurückzulaufen, ne, 5.10 wäre so der Gap-Kluss zum, zum, zum Vortag, ähm, ne, 400 wäre, wäre das vorherige hoch, also das sind schon noch so ein paar interessante Punkte, die er dann anlaufen kann, aber dafür muss er erst die 5.80 reißen, er muss erst Leistung bringen, ja, bringt, bringt nichts, ähm, dann zu viel Energie drauf zu bringen, ähm, wenn er doch noch eine Oben ballert halt, ne. Okay, dann würde ich sagen, können wir es dabei eigentlich auch schon belassen, Tagesschart hat man offen, haben wir gesehen, dass da, halt, warte, wo, hier, äh, hat man, hat man gesehen, im Tagesschart hat man gesehen, dass er am mittleren Bollinger Band jetzt dran ist, das war ja die 6.70, die wir gestern erwähnt hatten, äh, so viel mehr ist gar nicht passiert, ist einfach hier stehen geblieben, und, ähm, ja, mir ist, mir muss ja die 5.80 unten rausnehmen, um eine Umkehr zu aktivieren, ja, von der 6.70 runter unter die 5.80, ran an die 5.50, ran an die 5.10, das würde ich gerne sehen, und so wie er jetzt steht, ähm, würde ich zum Freitag auch eine, ich sag mal, 710 bis 730 noch mit einplanen, so als kurzen Abstecher, und alles, was höher geht, ist für mich dann Bulliger Richtung 800 und mehr, und mehr, ja, gut, okay, lassen wir das erstmal wieder nehmen zur Kenntnis, wir sind wieder im Ranch-Bereich, stellen uns ein bisschen drauf ein, dass das wieder ganz schön ist, ganz schön nervig werden kann, ähm, ich stelle mich drauf ein, dass die Leute wieder genervt sind, meist werden dann auch die Kommentare wieder ein bisschen, äh, ich will nicht sagen dämlicher, aber, weißt, lassen halt auf dem Kanal dann ihren, ihren frustfreien Lauf, ne, wenn sie mit der Situation unzufrieden sind, ändern können wir es nicht, ist nur erstmal so, und, äh, beobachten den Kerl ganz genau, eben wenn er dann wieder unten rausgibt, oder gucken wir uns an, wie sie sich dann die nächsten Tage hier in der Range schlagen, aber da, da wäre halt jetzt auch erstmal wieder ein bisschen seitwärts angesagt, ne, also, Wochenkerze ist mega brutal, also wenn ich gucke, wo sind wir reingekommen, hier war der Montag, ne, hier ist der Montag rein, das ist brutal runter, und jetzt ist hier die, also Wahnsinn, Wahnsinn, das ist eine Wochenkerze, ey, hier runter, hier hoch, hier wieder reingestellt, in die Range, in die letzten, in die letzten Wochen rein, ei, 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 aha, das, ähm, okay, wir lassen das so stehen, okay, ja, 5,80, oben 7,10, 7,30, ähm, und da drüber Eskalationsspielraum, Da unten ist darunter Eskalationsspielraum, dazwischen zur Seite. Mehr kann man eigentlich gar nicht für den Freitag großartig rausnehmen. Lassen wir uns auf uns zukommen, machen das Beste draus. Ich wünsche euch viel Erfolg, gute Punkte und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.